Hauen wir rein. Kamera läuft. Lass mich was erzählen. Mittwochmorgen, 25 Grad, in der schwülen Altonaer Hitze, schwitze ich wie ein Schwein will einkaufen gehen. Da latscht ich zum Verkäufer, der sitzt auf seinem Bierkastenthron, schaut mich an, wie ich reinkomm und dann sagt er, ich mach Schmoko, jetzt lass mich in Ruhe, ich mach Schmoko. Jetzt lass mich in Ruhe, ich mach Schmoko. Jetzt lass mich in Ruhe, ich mach Schmoko. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich mach Schmoko, 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 jetzt lass mich in Ruhe. Mittwochmorgen und mein Internet ist weg. Da ruf ich an, weil ich mich jetzt auskotzen will. Doch alles, was ich hör, ist Fahrstuhlmusik in der Warteschlange. Alles, was ich hör, ist Fahrstuhlmusik. Da kommt da eine und sagt, sie macht Schmoko. Jetzt lass mich in Ruhe, sie macht Schmoko. Jetzt lass mich in Ruhe, sie macht Schmoko. Jetzt lass mich in Ruhe, sie macht Schmoko. Jetzt lass mich in Ruhe. Jetzt lass uns in Ruhe, wir machen Schmoko. Jetzt lass uns in Ruhe, wir machen Schmoko. Jetzt lass uns in Ruhe.